Musik 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 Wer ist dein Daddy? Ich nicht, weil ich deine Mutter nicht gebumst hätte Aber Booyakasha Dad! Girl, ich hab ihn im Sprung geholt auf die Entfernung Hahaha Ja, mittelmäßig, ne? Gut, ich würd jetzt hier einfach warten Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Ok, dann komm ich hoch Loll! Loll! Ich hab ihn K.O. gesetzt und erst in den Helikopter reingefallen Was? Der andere, der andere! Der andere! Der Fall springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Der andere guckt sich grad um, dann nämlich die Smiper kommen Der will hier echt landen! Bleib mal nach! Was ist denn los mit den Leuten? Wieso hat der versucht, hier zu landen? Der ist doch total irrsinnig! Oh, das verstehe ich gar nicht! Haben die alle so einen Respawn-Barkel wie ich? Oder wie kommt das jetzt zur Stimme grad aus? Versager Ja! Nee, der ist... Er ist mittlerweile tot, aber... Nee, rechts um ne Ecke ist ein Typ... Der haut alle ohne Probleme um, ich weiß noch nicht wie der das hinkriegt Naja, ich auch nicht Also der hat mit einem Magazin, Flo und mich getötet Oh, die Juggernautkiste ist hier markiert Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt Ich versuche hinzulaufen, aber das werden jetzt alle machen Flo, hier ist einer! Ja, ich werd in der Luft abgeknallt, ne? Ich hasse es Flo, hinter mir ist theoretisch einer Aber der ist, der ist ein bisschen höher Ja Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe! Ja, da ist er Da ist er, endlich muss die rüberkommen Ich bin der Juggerlod, Bitch! Was ist dein Problem, du Hurensohn? Bitch, better have my money! Oben auf dem Dach... Oben auf dem Dach, Flo? Ja, ich bin der Juggerlod Ich kann grad nichts machen, außer... Ja Ja Ich bin der Juggerlod Der Feind nähert sich! Die ist aber laut Das macht ja Aua, Moi Ist der bei dir oben? Camper? Camper? What the fuck? Spaß! Flo, kannst du da weg? Ja, ganz genau wo dann eigentlich Ah, hier ist einer, hier ist einer Nee, dann nehme ich Oh, warte, bitte So Ey, aber ich werd jetzt nicht für euch spawnen Okay, oh, Hapi Er ist tot Weibliche Drohne über uns! Cool, nice Ja Pete? Jut Die Szene, wo er auf der Erde ist Aus dem Badezimmer kommt Nur die Jeans an hat Ist Chris Hemsworth in dem Moment Als Tor Ein attraktiver Mann Wie er da steht, mit dem gebauten Körper Nur mit der Jeanshose an Und du fragst mich, was ich für geschickt Du würdest Chris Hemsworth grad das Arsch noch lecken, du perverse Schwein Ja, warte mal, warte mal kurz Gib mir mal Helena, gib mir mal Helena Ich muss sie davon überzeugen, sich einen besseren Mann zu suchen Du willst gerne Chris Hemsworths Schwanz lutschen, hab ich gehört Flo Na, offensichtlich will das dein Verlobter tun Dass er das macht oder dass du das machst Oder? Oder? Was? Warte mal! Nein, hab ich! Ich hab ihn noch zweimal erwischt. Hops macht das Wiesel. Hops macht das Wiesel. Jetzt alle diese Leute die Wiesel. Komm hier rett einer. Haben wir alle, haben wir alle. Der leert das auch nicht weiter. Passt doch auf. Das ist der Weg. Nicht auf mich schießen, Vollpfosten. Helikopter markt. Nein. Hast du erwischt? Verstanden. Ja, ja. Der hat mich KOS geschossen. Und jetzt bist du gut. Die Runde ist doch schon gelaufen, Alter. Fick dich ins Knie, was soll die Scheiße hier. Ich glaub deinen erneuten Einsatz. Ey, wir sind ganz zu Beginn abgestrungen. Ich hab den Fallschirm offen gelassen die ganze Zeit. Wie kann der hinter mir, über mir sein? Ich hab keine Platten mehr, Flo. Lock der Stufe. Geht es erledigt und kehrt zur Basis zurück. Ja, das ist schon raus von drei. Das ist nochmal verfehlt, ne? Ey, sag dir bloß nichts falsch, sonst wenn ich lege es denn raus. Pete ist schwul. Nein, das ist doch nicht. Und da ist er raus. Er ist wirklich gigant. Ist das eine kleine Muschi, Alter. Er läuft nicht mehr so tough, du Bastard, wa? Ich hab dich. So hab ich mich noch nie aufgeregt, Alter. Dass ich auf mein Sofa gehen musste, dass ich auf das Kissen geschlagen habe, Alter. Zwei, 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 ich bin ein anderes. Oha, was? Mit was denn? Mit der Mac-Ten, du dreckiger Huchensohn. Das ist, warum ich den geholt habe. Die Mac-Ten ist ja überschred. Dieter. Überlegt euch zu Dings, springen wir mal zur Baustelle hier. Markiere feindliches Fahrzeug. Ich hab ein K.O.S. geschossen drüben beim K.O.S. Nice. Oh, Digga, wir haben die Mülle geknackt durch den Bassard. Da ist ein Fahrzeug. Ja, mach, 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 mach. Hier ist noch mal nix. Ist gerne in den Hof gelandet? Oder gefallen? Da müssen alle, da sind drei hier. Hier, innenhof. Ja, innenhof. Mir ist irgendwo einer gestorben, aber ich weiß nicht wo. Leila. Wie viel. Ja, wir haben die Erstplatzierten überholt, will ich mal behaupten. Oh, nice. Ich hab auch noch mal ein bisschen. 100.000 auch mal. Komm. Die kommen. Komm, außen hoch. Wir sind. Zur Not spring runter, Flo. Zur Not spring runter. Zur Not spring runter. Zur Not spring runter. Ich bin da oben gerade angekommen. Alles gut, alles gut. Ich sterbe. 3, 2, 1. GG. Motherfucker. Das hab ich gemeint. Sapphire. Nice. Da war der Typ ein bisschen zu langsam. Pass. Sprachen lernen Bubble. Springt er da? Schlapp dir nur Sniper und herrsch dir. Ey, fau. Ey, fau. Oh, fau, fau. Oh, wau. Oh, fau. Ich bin da echt reingekommen, die Arschloch. Seguassa. Oh, seguassa. Oh, wo ist bei mir noch einer? Du kannst doch nicht, du kannst mich nur kurz wiederbeleben. Ich bin hier ein guter Deckhaus. Oh, fiel. Oh, fiel. Oh, fiel. Ah ne, der ist auf meinen Flammen stehen geblieben. What the fuck? Okay, cool, danke. Du hast Muni-Kiste. Oh und, Fahrstuhl. Alle Platten runter. What the fuck? Du kannst dir nen Kopfgeldauftrag annehmen. Soll ich das machen? Ich könnte schnell runterfliegen. So, dann mach. Pass ich dir hoch. Ah, ich mach das schnell. Oder auch nicht, weil ich eine Sekunde zu spät im Budget gewinnt habe. Oh Gott, ich fasse das gleich nochmal. Ja, warte, ich geh. Passt du oben auf? Oh, Dicker. Du bist ja auch passiert gerade, ne? Ich hab die Reling nicht gesehen, dass die so hoch ist. Ja, bei mir genauso. Das ist dumm, oder? Das hat zum Glück keiner gesehen. Dicker, und den holst du noch nicht mal da auf dem Boden. Weißt du, den holt MC. Was ist denn mit dir? Ja, war 1 Minute 40. Willst du mich verarschen? Der hat dich niedergeschossen. Ja, und warum hast du ihn nicht niedergeschossen? Weil du eine DMA in der Hand hast. Dicker, und den zieht. Man, ich hab schon gesagt, ich will mit diesen Dingen Kills machen. Ja, aber... Also, was soll denn das? Dann nimm doch... Was soll das hier gerade? Ja, Piet, aber... Also, was soll diese Kritik gerade? Das ist doch nur... Ja, aber hör doch auch einfach mal zu. Und du kommst, Andi, das mal mit dem ein und denselben Spruch... Nein, ich hab dir jetzt genug zugehört. Was soll... Was soll denn die Pisse? Also, was werde ich denn dafür kritisiert? Piet, das ist... Was werde ich denn dafür kritisiert, wenn ich sage, ich will damit 5 Kills machen? Halt die Fresse. Halt die Fresse, Flo. Halt einfach die Fresse. Also, was... Ich frage mich, was das soll, wenn ich sage, ich will mit der DMA Kills machen. Flo, jetzt hör auf mich zu unterbrechen ständig. Darf ich mal einen Satz beenden hier am Stück, ohne dass du mich unterbrichst, bitteschön? Gut. Wenn ich sage, ich will mit der DMA Kills machen, dann werde ich mit dieser Waffe so oft rumrennen, wie ich will. Und werde ich so oft rumrennen, bis ich diese 5 Kills gemacht habe. Das wird ja nicht so schwer sein. Die ist mit einem roten Punkt, das muss ich dabei auch noch drauf haben. Ist die einfach... Oder Reflexvisier, wie die Scheiße heißt. Ist die einfach verdammt schwer zu handeln. Und da kann ich keinen auf Entfernung töten mit dem Ding. Da muss sie auf Nahkampf gehen. Und ja, vielleicht hab ich da in der Sekunde nicht den Kill gerendet am Ende. Quatsch, aber egal. Aber ich hab mal auf jeden Fall mit HOS geschossen. Und die Passung runtergeschossen. Und ich hab das Leben da zweimal gerettet in der Szene. Und MC auch einmal. Moment, Pete fragt gerade. Also ich frag mich, was ich da kritisiert werde dann auch noch dafür. Der raged gerade. Oh. Dann 5-6 Mal. Ich find das einfach unfair, da auch... Ich möchte mal wissen, wie du mit der Waffe schaffst, dafür Skates zu machen. Ist das so schlecht, oder? Und dann nimmt keiner Rücksicht, und dann nimmt keiner Rücksicht auf meine Bitte. Darf ich dann auch noch was sagen? Oh, Alter, so jetzt bin ich jetzt aber dran. Jetzt hältst du mal Schaust. Pete, ich war an der Position, wie du schon warst, mit 1000 Waffen. Deswegen will ich dir doch nur sagen, ich kritisiere nicht die DMA oder deine Skills, sondern nimm dir doch einfach Overkill rein. Setz ein K.O. mit einer Hauptwaffe. Nimm die Waffe raus und kill ihn. Weil ich an dieser Situation auch schon war. Das ist keine Kritik, Digga. Ich will dir nur sagen, mit dieser DMA ziehst du diese 5 Kills nicht. Oder nicht so schnell, wie du's gern hättest. Mach doch einfach Overkill rein, Digga. Na, wieso schaffst du denn dann nicht den Satz rauszubringen? Weil du mich hast dich grad ausreden lassen, du keine Pussy. Ja, klar. Klar, genau.